Hallo, 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 ja, ja, ich weiß, es sind schon wieder ein paar Tage geschehen, ähm, ich hoffe wirklich, ich hoffe einfach nur, dass wir diesen Shit jetzt hinter uns lassen können und das jetzt endlich wirklich losgeht, ähm, Rayman Origins ist ein Projekt, das, wuch, wuch, okay, ähm, das war absolut blöd und, äh, voll mit Verlusten, aber damit muss ich jetzt leben, Rayman Origins, ach, da wär's natürlich an, nein, jetzt erst verstanden, okay, äh, ist ein Projekt, das, äh, äh, natürlich noch das Ende verdient und ich weiß, dass, dass das jetzt nicht jedem so gefällt, aber, ja, es ist immer noch ein sehr gutes Spiel, wenn man das denn irgendwie hinkriegen könnte und spielen könnte und nicht ganz so mies wäre, wie ich dann, dann, oh Gott, hab ich mir die Stelle jetzt absolut verbaut, seh ich das richtig? Nein, nein, ich kann immer noch springen und gleiten und mehr springen und mehr schlagen und mehr, mehr schlagen, mehr schlagen, ist dann was? Moment, was? 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 Wo ist die, warte, ach so, da war eine Tür, okay, jetzt, jetzt verstanden. Was passiert denn eigentlich, wenn ich hier sowas mache? Da oben ist nix, okay. Das wollte ich noch ganz kurz einmal überprüft haben, bevor ich mich hier in den nächsten Gang mache. Ba ba ba, ba ba, ba ba, ba ba, wo soll ich denn da rankommen? Oh, verstanden. Ja, so war das gedacht, ach, tsch, gut. Ähm, wir, wir müssen wohl jetzt schon akzeptieren, dass, dass kein allzu gutes Ergebnis wird. Tragischerweise Wow Können wir bitte mal darauf landen? Äh, was? Oh, so ein Bullshit Ich verpasste es ja alles, oder wie? Da hätte ich hier hochrennen können, ja Ja Ne? Das wird ein super gutes Ergebnis Äh, wir gehen aber nochmal zurück Wir holen zumindest mal das Zeug Das, was ich jetzt irgendwie noch sehe Vielleicht schaffen wir die 300 Das ist inzwischen nichts, worat ich noch glaube, aber Man Wow Wow, man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben Deswegen riskieren Ja, man hätte hier durchgekonnt, oder hätte man hier rübergekonnt Hätte den noch mitgenommen Verstanden Ist ein schönes Level, muss ich sagen, ist ja ganz hübsch, aber So Wir wollen hier runter Wir haben übrigens noch keins von den beiden geheimen Türchen gefunden Was mich auch noch so ein wenig irritiert Help me Wo soll ich dir denn helpen? Da drüben wahrscheinlich Help me, ja, ja Da unten Nein, da drin Da drin Ich hab's gesehen, ja Ich hab's gesehen, ich komm doch gleich zu deiner Rettung Kleine Frau Wow, ja, 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 ja Wir gehen jetzt erstmal hier rüber Nehmen noch hier diese absolut unnötige Münze mit Die war halt wirklich unnötig Äh, ganz ehrlich Und dann gehen wir da rein Ja, ist ruhig Halt die Klappe jetzt, Mädchen Ganz ehrlich Äh, da sind zwei Gegner Da ist ein Gegner Also gehen wir hier rum Nehmen den einmal auseinander Dann gehen wir hier rum Und nehmen bei der Gelegenheit noch Die beiden Gegner auseinander Und dann Zack Sehr schön Das war bitte der erste Käfig Ja Yes Nichts übersehen Tap, 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 tap Einmal den Zombie-Tanz Sehr schön Er ist so Pottenhess Das ist so unglaublich Ich Ich werd da nie drauf klarkommen Glaube ich So, wir gehen mal hoch Wir gehen einmal weiter Durch die Tür Äh, in diesen Raum Der Auch sehr hübsch gemacht ist Nein Nein Oh, so knapp Oh Ich krieg die 300 aber noch hin Also die 300 Ich halte sie weiterhin Für eine Möglichkeit Hoffe ich zumindest Äh, was macht Was macht der da? Wieso ist der so verdächtig? Jetzt mal ganz ehrlich Was macht der? Wow Okay Da sind meine 300 Ich bin zufrieden Es waren doch 300 Oder? Ich glaube es waren 300 Äh, ich hab grad noch eine Eine Frau in Not gehört Wo ist die Frau in Not? Da Da unten wahrscheinlich Da unten drin Ja Da ist die Frau in Not Frau in Not Ich rette dich Äh Zumindest versuche ich's Wie komm ich denn hier rüber? So Und jetzt? Ah Jetzt treffe ich Da Hahaha Hohohoho Huhuhu Okay Das war jetzt gar nicht mal so cool Achso, das bleibt oben Äh Dann lass mich da bitte einmal ran Wow Wow Das war sehr effektiv Aber es hat funktioniert Sehr schön Zweiter Käfig Zwei Käfige sind besser als ein Käfig Yay Uh Juhu Die Pip Hurra Die Pip Yay Können wir jetzt bitte weiter Ich muss nämlich jetzt Nein Strömung ist schlecht Wow Wow Das nächste ist hier rein Und das Level beende Was zum Geil ist hier los? Was wollt ihr hier? Ich geb euch allen So Es waren 350 Ich hab trotz dieser miesen Leistung Nur ganz knapp die letzte Belohnung verpasst Damit kann ich letztendlich glaube ich sogar leben Ich muss mit klarkommen Ist okay Gib mir weiter Yay Tanz Guck mich an Ich bin eine dicke Frau Die blöd guckt Ja ganz klar Ganz ganz eng Aber was Muss man mit leben Wenn ich's richtig noch in Erinnerung habe Von der Map Ist das nächste Level schon wieder so eins Wo man Auf den Den Elektrons rumläuft Ja Glaube ich Uh So Das nächste Dann Achso Ja Ladescreen Bla 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 Hier fliegt rum Fliegt rum Verschwindet Raus aus meinem Weg Da Die Die komische Frau Mit ihren roten Haaren Kämpft da schon Gegen das Was zum Okay Warum guckt sie jetzt so glücklich? Wird das Was Armes kleines Blinsenblümchen Hurra Äh was? Time out Bitte Was ist los hier? Was passiert grad? Äh Hallo Hallo Was ist hier los? Was? 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 Was ist hier los? Woos? Woa Okay Gänseblümchen Ich versteh schon Äh Was ist hier? Oh Das Das was wusste ich nicht Oh Was ist? Was passiert hier? Warum Hier lang Einfach da Einfach mitnehmen Das tut weh? Das tut gar nicht gut Was ist hier grad? Ähm Oh Das war übrigens auch nicht so gut Man sollte vielleicht so laufen Ähm Müllblblblblblblbl Müllblblblbl Okay Dahin Runde Ah Ah It's a trap Fuck Bonk Okay Was passt was? Ähm Oh Oh Hi Nein Mami Mami Was ist hier los? Was? Oh 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 Was? Oh Fuck Oh Au Au Ja Die Ah Okay Ähm Okay Oh Ich lass es mal sein Und rum Okay Bildschirm auf dem Weg Bildschirm auf dem Weg Gotcha So als nächstes Okay Gehen wir hier drüber Gehen wir da drüber Was passiert hier? Warum haben wir auf einmal Was? What the fuck? What the What the what Okay 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 Ähm 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 Wow Nein Nein Halt's Maul Und Oh Nein Nein Oh Gott Oh 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 Was Was Oh 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 Okay Was zum Wo muss ich hin? Ich hab so Keine Ahnung was hier Oh stehe ich hier richtig? Ja Mal grad sagen Ob du wirklich richtig stehst Wuh Hier hin Okay Das hab ich so weit raus Yo Okay Yo Yo Das ist ganz hübsch was du da tust Also wirklich das ist sehr spektakulär Jetzt entweder Yo what the fuck Oh Okay Keep him Das war's Was? Was? Okay Was? Warum haben wir auf einmal ein Bosscamp? Was? Okay Yo vielen Dank Keine Ahnung was in mich gefahren ist Ich bin Veganerin Uiuiui Wunderhübsch Okay Okay Das ist passiert Das ist Okay Das war ziemlich eindeutig geschafft Yay Nibbi Ja Woo Yeah Ja Woo Easy Easy peasy hier Sehr schön Okay Das ist ein Ziemlicher Schwung im Gameplay Den ich so jetzt nicht erwartet hätte Und da tanzt diese komische Blume jetzt rum Ah Moment Braucht ich hier nicht 140 für die Truhe oder so War da nicht irgendwas Ja 140 Da kommen wir noch nicht hin Ähm Gut Dann Würde ich sagen Blühende Ditch Grummelnde Grotten Die grummelnden Grotten Mit ihren schwirrenden Schwärmen Sind dann das Was wir uns beim nächsten Mal angucken werden Ich bin Emero Das war's für heute mit Let's Play Rayman Origins Ja ich lebe Man sieht sich beim nächsten Mal Meine lieben Freunde Bis dahin Und tschö tschö Wie manEEP Das war's für heute mit mir pequen